So, einen wunderschönen guten Tag meine Lieben! Auf Wiederkommen zu meinem neuen Vlog. Und ja, mein Papst ist auch da. Die Benedikt ist dabei und die Aschea ist auch da. Und zwar, wir gehen jetzt gleich zum Metro und zur Autowäsche. Und danach sind wir zu Hause. Während wir arbeiten im Krakenhaus, also im Kraken und Spandau. Und ja, dann haben wir Autowaschla bei Schett. Und danach gehen wir zum Metro. Da kaufen wir was ein. Bei Siemenstadt war so Ost da. Und da kaufen wir das ein. Bei Oberon und Paulsteinstraße war auf Sieben. Dann ähm, ja. Und da kaufen wir was ein. Und bei Lukas Koppel, da machen wir Experimente. Und zwar, da machen wir mit Cola aus... Dann machen wir die Gummibärchen rein. Happy Cola. Dann machen wir ein Top mit der Ruhe. Das Ei mit der Gelatine. Der so geil ist. Und dann kommt man am Kanal, kommt man sie da rein. Und dann können wir es probieren. Und danach machen wir ein Cola rein. Also Cola Zero. Und dann Coca Cola normale Fleisch. Und ähm, ja. Und dann machen wir euch Experimente. Yeah, yeah, yeah. Und ähm, ja. Also ich freue mich schon, dass wir bald... Ach guck mal, das ist schon weg. Hab ich schon seit gestern weggemacht. Ich könnte euch leider gestern nicht filmen. Weil wir gestern bald Pasta waren. Bei Papas Freunde. Bei Harald. Die ihr kennt manchmal in der Familie. Aber das ist wieder gelöscht bei Sylvester. Ja, aber. Es war auch Spann. Und ähm, ja. Und ähm, ja. Hier haben wir jetzt noch ein Glas Metro. Zwar Tamina und Pauli sind da auch da. Und ähm. Ja, Metro. Kennen wir euch schon. Da war mal die andere Metro. Da war Russis Life. Und Deutschlandspieserweg. Mit Dominik und Schwerna. Und ähm. Die war auch Metro. Aber nicht in Berlin. Sondern woanders. Bei ähm. Ich glaube Nordrhein-Westfalen. Was auch wahrscheinlich. Dann Nordrhein-Westfalen. Bei Duisburg. Also bei Niedersachsen. Irgendwo da. Und dann. Und ähm. Und ähm. Ja. Alles auch da. Und ähm. Wie geht es dann los? Und ähm. Ja. Wir gehen dann aus dem Metro. Vielleicht muss es ja auch gleich. Und ähm. Vielleicht muss es auch wieder. Bis morgen wieder. Und ähm. Wir gehen von Nordrhein-Westfalen. Und dann. Gucken. Und wenn du das super Talent. Bei der CL-Copie dann fährst. Und ähm. Ja. So. Also das war's. Bei euch. Dann mit Lukas. Ich hoffe euch das Video gefallen hat. Gib's Daumen nach oben. Wenn euch das Video gefallen hat. Wenn euch das Video gefallen hat. Mach Daumen nach unten. Und abonniere meinen Kanal. Ist ja immer. Kostelos. UGH! Und gib ein Like. Und kommentieren. Bis dann. Als das war's. Tschüssi lieben.